Das Casino Royale ist der perfekte Ort, um das Spielen zu erlernen. Wir bieten unseren Gästen eine Vielzahl von Möglichkeiten, um einen Einblick in das Glücksspiel zu erhalten und nehmen ihnen die Scheu dabei, wenn sie es zum ersten Mal versuchen. Wir ermutigen Anfänger, ins Casino Royale zu kommen und sich einmal umzuschauen. Es ist wirklich ein toller Ort. Ich bringe die Kugel ins Spiel. Die Nummer, auf der sie landet, ist die Gewinnzahl. Wenn Sie durch eines unserer Casinos gehen, dann setzen Sie sich einfach an einen freien Platz und sagen Sie dem Kopier, dass es Ihr erstes Mal ist. Er wird Ihnen dann gerne während des Spiels alles genau erklären. Wenn an einem Tisch nicht gespielt wird, kann der Gast einfach nachfragen, wie das Spiel funktioniert. Beim Blackjack spielen Sie gegen das Casino, also gegen den Grubier. Der Spieler und der Grubier bekommen je zwei Karten. Der Spieler zeigt seine beiden Karten, der Grubier nur eine. Wenn Sie eine weitere Karte kaufen möchten, klopfen Sie auf den Tisch. Wenn Sie bei den 20 bleiben möchten, winken Sie mit der Hand. Wenn Sie Fragen zum Spiel haben, helfen wir gerne und erklären es Ihnen. Am ersten oder zweiten Abend bieten wir bei jeder Kreuzfahrt einen kostenlosen Spielkurs, bei dem unsere Gruppiers und das Casino-Management am Spieltisch sitzen. Sie erklären die Regeln und Sie können es ausprobieren. Kommen Sie einfach zu uns und stellen Sie uns Ihre Frage über das Casino. Wir sind da, um zu helfen. Wir sind da, um zu helfen.